Vor 15 Jahren hat der Vorgänger von Herrn Ratzinger, Herr Reuteler, Berlin besucht. 1996, da gab es auch eine Demonstration, an der ich auch teilgenommen habe. Und ich hatte mir kurz vorher überlegt, Mensch, du kannst da nicht einfach so hingehen, mal dir mal ein Transparent. Das habe ich gemacht. Ich bin dort angekommen am Winterfeldplatz, wo der Treffpunkt war. Und sofort stürzte die Berliner Polizei auf mich zu, weil sie das Schild entdeckt hatte. Hat dieses Schild beschlagnahmt und ich hatte eine Anzeige am Hals wegen Paragraf 103 des Strafgesetzbuches, Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes. Was stand auf diesem Schild? Päpste sind Mörder, stand auf diesem Schild. Warum stand Päpste sind Mörder auf diesem Schild? Wir wissen, 1981, vor 30 Jahren, wurde zum ersten Mal eine Krankheit diagnostiziert, die später den Namen AIDS bekam. AIDS ist eine Krankheit, die gerade in den Ländern Asiens, Lateinamerikas und Afrikas enorme Bedeutung hat. Und gerade dort richtet die Politik der katholischen Kirche, Kondome zu verbieten, enormen Schaden an. Nun denkt man, seit 1996 ist viel passiert. Leider nein. Erst vor wenigen Wochen, als die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sich in New York trafen, um Strategien zur AIDS-Bekämpfung zu verabreden, wurde eine Resolution verabschiedet und der Vatikan hat gegen diese Resolution Widerspruch eingelegt. Und ich möchte aus dieser Erklärung, die dort verlesen wurde, zitieren. Es ist jetzt ein Zitat. Der Vatikan unterstützt nicht den Einsatz von Kondomen in der sexuellen Aufklärung und für die HIV-Prävention. Anstrengungen sollten sich darauf konzentrieren, die Welt nicht zu überzeugen, dass das gefährliches Verhalten Teil eines akzeptablen Lebensstils ist, sondern auf ethische und empirisch bewiesene Risikovermeidung. Was das ist, kommt jetzt. Die einzig sichere und total verlässliche Methode, eine HIV-Übertragung vorzubeugen, ist die Abstinenz vor der Ehe und Respekt und gegenseitige Treue in der Ehe, was auch immer die Basis jeder Diskussion über HIV-Prävention und Unterstützung war und sein muss. Mit anderen Worten, das Zitat ist zu Ende. Mit anderen Worten, 30 Jahre nach der ersten Diagnose von AIDS, nach der Infektion von Millionen von Menschen in der gesamten Welt und gerade in den Ländern der dritten Welt wird diese tödliche Propaganda durch die katholische Kirche weiter vertreten und verbreitet. Ich will es gerade daraus sagen, der Spruch, Päpste sind Mörder, den ich damals auf ein Pappschild schrieb, ist nach wie vor aktuell. Ich bin ein Pappschild. Musik 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 Doch nicht schade, Frömmel liegt da voll im Trend. Mein Steufe kostet nicht noch Mühe, Benedikt kommt nach Berlin. Nun sind die Kirchen in der Hauptstadt nicht so groß wie die in Rom. Weil Berlin zwar einen Dom hat, aber keinen Tätersdom. Für und die Fest ist er zu klein und darf es der Bregner-Saal sein. Maria, 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 Maria. Maria, 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 Maria. Maria! 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 Wiederhole ich es hier laut und deutlich. Der Papst gehört nicht in den Deutschen Bundestag, sondern vor ein internationales Gericht. Denn offensichtlich, Benedikt XVI. ist das Oberhaupt einer Institution, die in den letzten Jahrzehnten Menschenrechtsverletzungen an Hunderttausenden von Heimkindern begangen hat und unzählige Fälle von sexueller Gewalt vertuschte. Er ist verantwortlich für eine zynische Sexualmoral, die Millionen von Menschen weltweit diskriminiert, das Problem der Überbevölkerung verschärft und die Ausbreitung gefährlicher Krankheiten fördert. Er ist absoluter Herrscher, ein Status, der sich der internationalen Rechtsprechung entzieht und bis die jüngste Vergangenheit hinein Milliarden Geschäfte mit der Mafia machte. Er profitiert von verfassungswidrigen Privilegien, die sich die Kirche durch die Unterstützung faschistischer Diktatoren gesichert hat. Dass der Papst Gott als Staatschef gilt, verdankt der Benito Mussolini, dass die Kirchensteuer in Deutschland vom Lohn abgeführt wird, Adolf Hitler. Man muss nicht auf die dunklen Zeiten der Hexenverbeugung, der Ketzerverbrennungen zurückschauen, um zu erkennen, wenn es Schurkenstaaten wird, meine Damen und Herren, dann gehört auch der Vatikan auf die schwarze Liste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017